Hey, holy shit, es gibt so viele, so viele Contents aus Deutschland, what the fuck? Richtig geil. So, hallo. Wer ist das? In diesem Video. Ihr seht aus wie Star Wars, wie unser, ähm, unser Taxifahrer, den Mickey, mal fingern wollte. Besprechen wir die Zahl 69, die letzte Zahl in der 60er Reihe. Oh. Hä? Was ist, meine Nummer ist geleakt worden? Meine Nummer ist geleakt worden, mir hat keiner geschrieben? Bin ich so ein Bastard? Bin ich so ein Bastard, dass meine Nummer einfach geleakt wird und mir schreibt keiner? Och, nö, Digga. Ach so, okay, das ist eine Zusammenfassung. Ah, geil. Und die Tipps wollen mehr, das ist Switch. Folge 69. Ich hätte gern, ich hätte gern mehr Bart. Echt? Ja. Ey, aber ich hatte mit 24 null Bart. Stimmt, bei dir ist alles gekommen im Lockdown. Und jetzt, äh, ist übel. Wie alt bist du jetzt, Sascha? 26. Oh. Das ist genauso, wie ich Kevin geschrieben hab, du stirbst mit 23. Und Kevin schreibt mir, Bro, ich bin 24. Und ich so, äh, got bad news for you, homie. Kommt ja keiner mehr. Es war so ehrlich. Das ist die Grenze. Das ist die Grenze. Das war's. Das war's. Du wirst das Video gesehen haben. Und wenn nicht, ist das noch trauriger. Du lässt hier wieder absichtlich Informationen weg, um mich schlechter dastehen zu lassen. Mann, KuchenTV und ABK, fickt euch doch beide, Mann. Jetzt lutscht euch doch gegenseitig die Schwänze und hört doch auf hier mit diesem hin und her. Ich verstehe, ich blick nicht mehr durch. Ich weiß nicht mehr, warum ihr angefangen habt, euch zu streiten. Ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Ich weiß es nicht, Mann. Könnt ihr nicht einfach irgendwie, macht mal eine Woche Mykonos und gut ist. Siehst du, dass diese Szene hier eine andere Szene ist von einem anderen Video. Nachgedreht wurde. Ich glaube, dass es sehr viele... Digga, du kannst nicht so dumm sein. Das glaube ich gerade nicht. Nein. Das akzeptiere ich nicht. Was sage ich hier? Warte, wir gucken nochmal kurz hier. Ich werde es jetzt einmal auf Video haben, Digga. Und da sage ich folgendes. Da sage ich folgendes. Und dann kommt der ein Schritt, wo ich anders aussehe. Hm, das hat er bestimmt nachgedreht. Ich glaube, dass es sehr viele... ...unsätzlich sehr instabil sind. Du wirst das Video gesehen haben. Hoffentlich passiert mir heute nichts Unangenehmes. Lenni, warum hast du ein Tuch in der Hand? Digga, habe ich immer eine Hand. Das ist immer eine Maus. Hm. Ist zu jung, Chad. Hört auf reinzuschreiben. Sie heißt Sally15. Und locker ist sie erst... ...zwölf oder sowas. Deshalb, hört auf zu... Chad, nein. Nein. Ihr könnt... Nein. Ihr könnt nicht sowas... Ihr könnt... Ihr könnt nicht dieses Emotes bei meiner 15-jährigen Alter. Genau, mein Beut. Mann. Hört es auf. FBI kriegt mich eh nicht. Natürlich kriegt das FBI dich. What the fuck, Bro. Ihr geht alle... Hört auf, Chad. Ihr geht alle sowas von in den Knast. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich bin da raus. Ihr werdet alle... Ich bin da raus. Das ist alles eure Verantwortung. Ich habe damit nichts zu tun. Ey. Ich bin 14, du Loser. Das ist trotzdem pädophil, wenn... ...wenn du 14 bist und siehst 12. Oder genauso alt wie du. Man darf mit 14 nicht mit einer 14-Jährigen schlafen. Und... ...so. Tanzverbot reagiert auf altes Streams. 200 Kilogramm. Deine Mutter muss 15 Kilogramm Gras essen, um zu überleben. Schill dich, Digger. Der Brandsave-Boss. I think I'm losing my mind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Max. Ja. Deine Bestellung. Was? Achso. Ich bin in Streaming-Sort. Ah, die... Gut. Kann dir jemanden wieder wegnehmen, weil ich kann nichts tragen. You're not older, eh? Not older? Den Clip habe ich gar nicht mitbekommen, Mann. But you look like 80. Ah, okay. Thank you, I guess. That was a compliment. Thank you. Was kommt jetzt, hä? Lieber Antonia, ich habe gehört, du hast Geburtstag und... Was? Von Obama? Dazu wünsche ich dir aus dem Deutschen Bundestag alles Gute. Und wo wir schon dabei sind, wir können nochmal zusammen zocken. Am 21.07. bei der JU Multiplayer. Was? What the fuck? Finger weg von Philipp Amthor. Ne, warte. Finger weg von Antonia Philipp Amthor. Ja, so rum. Finger weg von Antonia Philipp Amthor. Das Enemy Team ist echt so unendlich schlecht. Das ist wirklich crazy. Oh mein Gott. So schlecht, Mann. Ja, lass dann, Bi. Frag, ich wollte ihn dumm pushen. Der Typ hat mich genervt. Er ist auch übertrieben low. Abends bin live. Guten Abend, was ist los? Also pass mal auf, Knilch. Ja. Hörst du mich? Was ist dein Plan für heute? Was machst du heute noch? Ich hab grad Besuch. Was für ne Richtung geht der Besuch? Ja, genau in die Richtung. Ey, was ist denn los? Sag ihm Hallo von mir, wie geht's? Ich soll dir Hallo sagen. Von Moji. Der ist grad live. Was geht? Was geht? Oh, nix. Und bei dir? Echt nicht. Na ja, auf damit, Mann. Ich hab Taekwondo gemacht. Sag dem, dass ich Taekwondo kann. Ich sollte sagen, dass er Taekwondo kann. Ich hab 15 Jahre Thai-Boxen gemacht. Nee, das andere sagen nicht. 15 Jahre Thai-Boxen, aber das andere sagt er nicht. Na ja, kannst du immer noch wichsen, oder? Gelber Gurt in Taekwondo? Was ist denn der so frech zu mir, Chat? Junge, mach's. Oh, mein... Oh, nee, Alter. Ich doch, immer. Oh, nein, Bro. Oh, Junge, wie unangenehm. Dann kann man dem Staat quasi das Doppelte an Strafe zahlen. Heißt, ich darf schon wieder 500 Euro zahlen. Also das Doppelte, 260 Euro, was das waren, mal zwei, 500. Unterstützt du LGTBQ? Was ist das nochmal? Das hab ich bei KuchenTV. Zufällig gerade irgendwas, ähm, irgendwas hab ich da gerade bei ihm im Video gesehen, hab mir das aber nicht angeguckt. Das, das müsste ich mir mal vielleicht reinflashen, was das ist. Kurz vorm Rausgehen hat mich so ne, ne etwas korpulentere Sehnen. Hey, dieser, 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 dieser Joke ist doch einfach komplett rum, oder? Dass Sascha raucht, ist es doch klar, dass Sascha nicht raucht. Angesprochen? Ja. Wo ist Max? Max ist, äh, schlafen. Der Oger hat sich schlafen gelegt. Wollst du sagen, warum? Äh, soll ich sagen, wie? Ja? Die haben sich danach so krass geküsst, die beiden, holy shit. Hä? Hä? Hab ich nicht gerade, äh, kein, äh, hungriger Konzept, äh, hungriger Hugo geguckt? Oder kein Konzept, warte mal. Ja, sehr witzig, alles eine Person. Hungriger Hugo, kein Konzept. Flying Uwe, Simon Unge, alles eine Person. Check, check die Clicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nix verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonnier kein Konzept, oder Big Mac, dann den Weg. Mhm, ja, ja.